Musik So ihr Lieben, nun kommt etwas, was ich auch noch nicht erlebt habe. Und jetzt wird etwas, was ich auch noch nicht erlebt habe. Ihr wisst es, ich habe es schon im Voraus bekannt gegeben, dass heute ein Stammapostelhelfer beauftragt werden soll. Ja, und das soll jetzt geschehen. Mein lieber Bezirksapostel Schneider, ich bitte dich hierher zu kommen. So, komm noch ein bisschen näher. Und ich will eigentlich anfangen mit dem Wort des Herrn, handelt bis dass ich wiederkomme. Und das bedeutet, dass wir als Menschen auch planen müssen, soweit wir das eben können. Und da ist es nun auch so, dass ich hier den Ruhestand vor Augen habe, meinen eigenen Ruhestand vor Augen habe. Und es war mein Wunsch, den ich so tief im Herzen gefühlt habe, dass wir den Übergang in die Zukunft möglichst glatt, möglichst kontinuierlich gestalten. Und daher ist es gut, wenn jetzt schon eine gewisse Zeit da ist, in der wir beide ganz eng zusammenarbeiten können. Ja, so mein Lieber, so sieht das aus und nun möchte ich dir eine Frage vorlegen. Ich frage dich hier vor Gott und der großen Pfingstgemeinde. Willst du die Beauftragung als Stammapostelhelfer annehmen? Willst du deine ganze Kraft einsetzen, dass das Werk Gottes sicher und klar weitergeführt wird, in Übereinstimmung mit dem Stammapostel? Willst du immerhin führen zur Verlendung? Willst du die Brüder und Schwestern lieben, überall auf der Welt, nicht nur in deinem bisherigen Bereich? Wenn das so dein ernster, tiefer Wunsch ist, in deinem Herzen, dann bekunde bitte jetzt in diesem Augenblick dein Ja-Wort dazu. Dieses Jahr legen wir ins Gebet. Amen. So, mein lieber Bezirksapostel, hiermit beauftrage ich dich, als Stammapostelhelfer zu dienen. Und lege in den Händedruck hinein den Wunsch, dass du mit viel, viel Kraft und Weisheit im Namen des Herrn, des Dreieinigen Gottes dienen kannst. Und dass die Gotteskinder überall glücklich und selig werden, wenn sie dich in deiner Kraft und in deinem Auftrag erleben können. So geh mutig in die Zukunft. Die Engel des Herrn werden dich geleiten. Wir werden in allem eins sein, sodass da kein Unterschied zu sehen ist und die Geschwister weiterhin sicher geführt werden hin zum Ziel unseres Glaubens. Die Brüder und Schwestern sollen sich wohlfühlen und wissen, dass sie einen Platz haben in deinem Herzen. Der Segen Gottes begleite dich auf allen Wegen. Der Herr sei mit dir, dass du wirklich ein Licht sein kannst, überall, wo du in Erscheinung trittst. Der Herr möge es nun alles bereiten und dich schützen und segnen. Amen. So many, ma'am. Willkommen.